Wenn wir heute darüber reden wollen, wie viel mehr Frauen Verantwortung übernehmen können, was braucht es dann eigentlich? Eigentlich brauchst du eine Person, die an dich glaubt, die dir die Türen öffnet. Du musst am Ende durch die Türen selbst hindurch gehen, aber du brauchst eine Person, die an dich glaubt. Eine Kultur, in der das Potenzial gesehen wird und das Potenzial unterstützt wird. Mutig sein, auch mit Zuversicht Dinge anzupacken, ist total wichtig. Es ist ganz beeindruckend, wie toll die Gespräche sind, wie ihr bondet und wie jeder nicht mit einem Plus Eins nach Hause geht, sondern ich weiß nicht, Plus Zehn. Diese Power, diese Energie und diese positive Kraft, das ist einfach großartig. In diesem Zweiten für das Thema Sichtbarkeit von Frauen zu stehen, ist wichtiger, denn je. Frauenrechte sind auch Menschenrechte. Und umso mehr brauchen wir Veranstaltungen wie dies. Was eint uns eigentlich alle? Was uns alle eint, ist, dass wir alles Mögliche tun möchten, alles Mögliche denken möchten, versuchen möchten, Fehler machen, aber auch viele Dinge richtig machen. Und dann nicht locker lassen. Und das Motto, das wir uns gesetzt haben, Be Bold, Be Brave, Be You, ist das, was das, glaube ich, sehr, sehr schön zusammenbringt. Das Potenzial in anderen sehen, anderen helfen und gemeinsam Verantwortung überlegen, dafür, dass es morgen noch ein bisschen besser ist als heute. bis zum nächsten Mal déjà. Ettür.